Neuromuskuläre Erkrankungen sind Erkrankungen, wo aus unterschiedlichen Gründen Muskulatur zugrunde geht. Die Schädigung kann im Rückenmark liegen, kann in den Nerven liegen, kann im Übergang vom Nerv zur Muskulatur liegen oder in der Muskulatur selbst. Eine Rehabilitation bei Neuromuskulären Erkrankungen macht Sinn. Wir können viel erreichen, insbesondere für die Selbsthilfefähigkeit der meist sehr betroffenen Patienten. Hierbei müssen wir langsamer vorgehen, weil ein geschädigter Muskel nicht so leicht auftrainierbar ist. Wir haben seit über drei Jahrzehnten Erfahrungen in der Rehabilitation von Neuromuskulär erkrankten Patienten. Hierbei ist weniger die Erfahrung der Ärzte, sondern des gemeinsamen Teams, bestehend aus Physiotherapeuten, Logopäden, es sind oft Stimmen- und Sprachstörungen und Schluckstörungen, die dabei sind, und Ergotherapeuten wichtig. Hier haben wir seit Jahrzehnten eine Erfahrung, seit ungefähr 30 Jahren bei Erwachsenen, seit etwa 15 Jahren bei Kinder und Jugendlichen.